so also Leverkusen will jetzt den Sieg Bellarabio Prat, Bellarabi, Kiesling und kein Abseits, 1-0 Leverkusen, Treffer zählt Stefan Kiesling bringt die Leverkusener hier in Führung und sorgt, wenn es so weiter geht wie bisher auch für die Entscheidung denn von Santa Fe war ja eigentlich so gut wie nichts zu sehen hier Bellarabi leitet es ein, Julian Brandt und Bellarabi spitzelt den vorbei, will natürlich eigentlich das Tor erzielen aber das würde ich noch mal gerne sehen, aus welcher Position Kiesling da gekommen ist das kann man so nicht auflösen, aber Lienrichter hatte freie Sicht, muss das gesehen haben